Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Revelations. Ähm, offenzieren setzen, rekrutieren, ausbilden. Assassin's Signale, wenn effektiver, okay. Beim letzten Mal haben wir hier so ein bisschen Nebensächliches gemacht, ein paar kleine Missionen und ansonsten nicht viel. Ja, dann kriegst du hier Bernstein. So, byzantinisch-purpur. Null Fähigkeitspunkte. Einer. Einer und einer. Mediterrane Verteidigung. Warte mal, Meister-Assassine. Achso. Ja, Mediterrane Verteidigung, Alexandrin. Einen Verbündeten Schützen. Hm. Bringt zu wenig Erfahrung. Stadt zurückerobern. So, 100% Erfolgs-Chance. Eine Botschaft senden. Ne. Krieg ich nicht hin. So, das hier. Äh, all ja. Jetzt sind mal wieder alle auf Mission. Sehr schön. Als nächstes gibt's hier in meiner Nähe Assassinen-Rekruten. Au. Diesen hier. Den hole ich mir als erstes. Na gut, als erstes hole ich mir hier... Bomben-Teile. Äh, nein, das war der falsche Knopf. Okay, Schadensbomben habe ich gar keine mehr. Äh, doch, du was. Äh, schon wieder her, falsche Knopf. Meine Fresse, was denn los hier, Alter? Äh, ich kann mir keine Waffe mehr auswissen. Doch, jetzt. Hallo, ihr da. Könnt ihr mir helfen? Wo liegt das Problem, Amico? Es gibt eine Verrückte in diesem Bezirk, die die Leute mit kleinen Silbermünzen verflucht. Verflucht? Naja, nicht direkt verflucht. Es sind byzantinische Münzen. Sie steckt sie einem in die Tasche, wenn man nicht aufpasst. Und ich finde das gar nicht lustig. Die Bettlerin. Okay. Behaltet euer Beinkleid an. Ich sehe mal nach. Okay, jetzt muss ich die identifizieren. Sieb, du entwischst mir nicht. Wache! Hör mal, Halt! Ach, hört sie ihm. So eine Scheiße. Ja, das geht schnell. Ein nützlicher Trick, Männern wertlose Münzen in die Hose zu stecken. Och, jetzt minimiert die Scheiße schon. Was hattet ihr denn nie erwischt? Nicht einmal. Obwohl ich auch ab und zu Geld genommen habe. Aber nur, wenn ich hungrig war. Es gibt bessere Anwendungen für diesen Trick. Kämpft für die Assassinen. Kämpft für die gute Sache. Hm. Hm. Es wäre schön, Teil von etwas Größerem zu sein. Evette, ich werde an eurer Seite kämpfen. Sehr schön. Eine neue Assassine für uns. Dann hole ich mir noch den Aussichtspunkt hier. Ich meine, der ist sowieso direkt neben der Buchmission. Die Kleine von eben schicke ich mal noch auf eine Mission. Hallo. Trottel. Mediterrane-Verteidigung. Alexandria. Warte mal. Hä? Was? Ach, die braucht eine Armbrust dafür. Das ist in Arbeit. Athen. Krieg dafür 100 Erfahrungspunkte. Ja. 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 Gut. Man muss es halt so sehen. Es ist eine Solo-Mission, die sie locker machen kann. Beziehungsweise eine Mission, die sie locker solo machen kann. Wohl eher. Der rechtesten Bomben-Baustand. Braucht neue Sprengbomben. Tödliche Weite. Aufschlag-Hülsen. Britische Sprengbomben. Effekt. Metall-Splitter. Vergiften. Ja. Dann mach mal das so. Wenn sie... Ja. Genau. So eine will ich. Effekt. Gute Signale. Schwefel. Hä? Die Hülsieher soll er doch nehmen. So. Also geht doch. Sehr gut. Ich hab schon wieder ein Fragment gesehen. Da oben nämlich. Uh. Material. So jetzt haben wir das hier. Kleine Hülsieher. Heißt die wirklich so? Musst du auch nicht direkt vor Schreck deine Wasserpfe umreißen? Spinner. Spinner. Und einmal rum hier. Da hier. Kletter weit hoch. Kletter weit hoch. Ja. Noch ein Stück Ezio. Stell ich mich so an. Was haben wir denn hier? Ah. Hagel. Gut. Checkpoint erreicht. Und als nächstes. Wollen wir es nicht da? Ah. Eine Sophia Erinnerung. So heißen die Dinge. Warika. Wenn auch gewagt. Mirkara. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Zwei Italiani. Allein und verlassen im Orient. Spürt ihr auch diese Anziehungskraft? Ich spüre vieles, Misere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Misere. Aber die Dame und ich sind... Ah! Ah! Der Teufel in Person! Weiche! Duccio. Welche Freude? Lauft, gute Frau! Um euer Leben! Wer war das? Umkane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Kazo hatte noch sechs andere. Kiedovenia. Also was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, Kesecatura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Ähm, was sagen sie ist für Sie? Jetzt habe ich keine Assassinen. Ja, passt. Hat nur ein bisschen was gefehlt. Ich habe es versucht. So, jetzt ist ja die volle Synchronisation eh im Arsch. Also kann ich mich auch immer quer über das Schiff morden. Ja, wer wurde gerade ermordet? Ja, der ist wohl gerade in sein Model eingefroren. Sofía Sator. Perfetto. Und fliehen. Ja. Ja. Das war ziemlich einfach. Ähm. Lass mich die richtigen Bomben hier auswählen. Uh, noch mehr plündern. Ich würde ja am liebsten so eine Sprenghülse dem Herod unter die Füße werfen. Okay, das war weniger spektakulär als er gedacht. Geschmeidig wie eine Katze bin ich auch zwischen denen durchgelaufen. Und dann haben wir das Geschäft. Ich würde ja auch mit dem Herod unter die Füße werfen. Ja. Ich würde ja auch mit dem Herod unter die Füße werfen. Ich würde ja auch mit dem Herod unter die Füße werfen. Ich würde ja auch mit dem Herod unter die Füße werfen. Herr Müller, seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Cristoforo Colombo, die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen. Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Warum redet ihr? Vergib mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott. Wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sophia. Ich komme zurück. Checkpoint erreicht. Kann ich eigentlich auch Bücher kaufen? Na, der sieht nicht so aus. Ne. Aber schön ist hier. Schatz mal, das hinten sind ihre Privatgemächer. Hier kann man lesen. Sehr, sehr schön. Na gut. Dann will ich die Folge nicht weiter hinaus zögern und beende sie einfach an der Stelle. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe ihr habt Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. Schatz mal, das gut ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020